Hallo ihr lieben Leute, ich war vorhin im Wald und habe ein paar schöne Pilze gefunden. Hier der schönste Birkenpilz und hier noch einige andere. Bisschen Hackfleisch dazu, Zwiebeln und dann schön auf Nudeln oder mit ein bisschen Speck und Zwiebeln auf Kartoffelpüree. Auch sehr lecker. Ja, hat sich gelohnt.